Was geht ab Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge Roblox und wie ihr im letzten Part gesehen habt, sind wir ziemlich weit gekommen im Horrorhaus. Wir befinden uns immer noch im Horrorhaus, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Die hungrigen Bücher sind immer noch hier am Start und wir müssen hier immer noch rauskommen. Das hier ist der zweite Part, also wenn du den ersten Part verpasst hast, den ich gestern hochgeladen habe, dann check ihn auf jeden Fall aus. Ich verlinke ihn dir gerne unten. Und ihr seht auch oben rechts ein kleines I, da könnt ihr drauf drücken und dann könnt ihr den ersten Part angucken. Also guckt euch auf jeden Fall zuerst den ersten Part an und dann diesen Part hier. Denn jetzt und heute schaffen wir es, aus dem Horrorhaus rauszukommen. Haut auf jeden Fall auf den Like und auf den Abo-Button, wenn ihr nochmal so eine Horror-Folge sehen wollt. Ich weiß, ihr feiert es übertrieben und ich feiere es auch übertrieben. Und jetzt viel Spaß. Okay, was haben wir hier vor uns? Erstmal so ein paar Bücher, nichts leichter als das. Easy Jump'n'Run King, Ding Jong Jing ist am Start. So, zack, boom, bonjour. Und hier ist I wieder. Moin, Meisse. Die kennen wir doch auch schon aus dem ersten... Mann, was soll das denn I wieder? Okay, dürfen wir hier nur einen Weg gehen oder was? Geht's hier nur... Ist hier ein unsichtbarer Weg geradeaus? Wahrscheinlich ist da ein unsichtbarer Weg geradeaus. Dann müssen wir genau zum richtigen Zeitpunkt richtig abspringen, Leute. Oh, Digga. Okay. Oh, Digga. Erhltet mich? Hä? Doch, kein Weg geradeaus? Sie geht auch so rechts und links. Okay, pass auf. Ja, ja. Meine eigene schon. Meine eigene schon. Ich weiß es. Alles cool. Alles cool. Alles gut auch. Okay, so. Jetzt laufen wir einfach hier mit dem Ding mit oder was? Das ist ja wohl kein Problem. In meine Ferse nochmal reingehauen da das Laser-Ding. Macht ja nichts. So, wir machen das aber jetzt hier. Und der Pro, der schafft es sogar so. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Guckt es euch an. Der Horror-Clown. Oh mein Gott. Den muss ich mir nochmal so angucken. Alter, sieht das gruselig aus. Ey, das sieht so gruselig aus, Leute. Ohne Spaß. Okay, wir gehen rein. Was ist jetzt? Oh, aufgespießte Köpfe. Oh nein. Das sind bestimmt Leute, die es nicht geschafft haben, vor dem zu entkommen. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich schaffe es hoffentlich. Und nächstes Level. Sehr schön. Checkpoint, Leute. Geil. Oh, lol. Okay. Da dacht ihr, dass das Game auch so... Hm. Er stirbt einfach mal ein bisschen später als alle anderen. Ist okay. Ist okay. So. Meint ihr, hier regelt die Ergeln-Perspektive? Ja, das ist echt ein weiterer Sprung. Also. Ah, okay. Man muss da... Ja, moin. Er ist einfach Gott. Er ist einfach Gott. Ja, moin, Digga. Alles klar, Digga. Und sie läuft da unten auch rum. Hä? Hä? Was ist das denn für ein Boden? Lol, lost? Hat da jemand etwa dieses Blut falsch eingestellt? Was macht sie? Okay, egal. Wir gehen weiter, Leute. Wir haben es geschafft, ne? Das war ja doch einfacher als ich dachte. Hä? Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Wieder auf die Kürbisse springen? Okay. So. Und. Geschafft. Und hier ist die Tür schon offen vor uns. Okay, perfekt. Da ist auch gerade, glaube ich, da hinten einer runtergefallen. Ich weiß aber nicht genau. So. Und. Das war knapp, das war knapp. Huh. Und weiter geht's. Geschafft. Wieder so eine Teppiche? Lul? Das kennen wir doch schon. Da müssen wir ja mittlerweile ein richtiger Pro drin sein. Also. Ey, da hört. Also. Irgendwo hört der Spaß auch auf. Irgendwo hört der Spaß auch auf. Die müssen das mal ein bisschen einfacher machen hier für mich. Das ist hier wirklich ein Horrorhaus. Oh, bitte noch ein. Nicht verkacken. Oh mein. Oh, oh, ich bin fast gegengelaufen. Oh mein Gott, Leute. Okay, was ist hier? Das kommt mir auch ziemlich bekannt vor. Wiederholt sich das hier einfach nur alles? Ich weiß es nicht. Aber. Da ist das Ding. Hä? Das haben wir doch schon mal gemacht. Hä? Genauso haben wir das doch schon gemacht. Das wiederholt sich das hier die zweite Etage oder was? Er ist fokussiert. Und er schafft's. Und er schafft's. Ja, Baby. Hä? Die Bücher schon wieder, Mann. Die mag ich ja gar nicht. Okay. Nein. Da hat meine Hand das böse Buch noch berührt. Wir machen das hier einfach im Schnelldurchlauf. Und jump. Und jump. Und da ist das Ding. Und da ist das Ding auch schon. Und das haben wir doch auch schon eben gerade erst gemacht. Also mal ganz im Ernst jetzt. Also ich weiß nicht mehr, ist das jetzt das Horrorhaus? Oder ist das das verwirrende Haus? Das ist ja genau das gleiche wie vorher. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Denn hier ist das... Hä? Okay. Okay, das ist nicht gleich. Ich muss jetzt so hoch gehen. Ja. Mmh. Und da war das Ding nicht. Er war fokussiert und er läuft in die Zielgerade. Und da ist das Ding. Und wieder hier die Geister. Die können mir... Die können mir gar nichts, wollte ich gerade sagen. Oh Mann! Der berührt mich schon wieder. Ich dachte eigentlich, Geister können durch einen durchfliegen. Okay. Und... Ah, da ist das Ding. Da ist das Ding. Schön Checkpoint hier. Dann aufs Fass, auf den Stein, auf den Stein. Guck mal, da guckt eine Hand raus. Bestimmt die, die der Horrorclown ist. So. Und... Ja. Das ist für mich eigentlich relativ easy. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Weil die Steine kleiner wurden. Aber... Da ist das Ding. Moin. Moin, moin. Wow, ey. Was ist das denn für eine coole Rutsche gewesen? Kommt da gleich einer runtergerutscht? Ich würde es gerne mal von außen sehen, wie das aussieht. Ey, voll cool. Okay. So, was ist hier? Blutboden. Ah! Egal, das Ding wird jetzt gemeistert. Wie ein junger Gott. Jumpo, jumpo, jumpo. Huh. So, hier rauf. Laser-Dinger. Kommen mir auch ziemlich bekannt vor. Wiederholt sich. Und... Nein, Baby! Oh, ich habe mir noch über einen Checkpoint. Ich glaube, mein Kopf ist noch über einen Checkpoint. Ich glaube, das zählt ja noch. Und... Ja! Oder? Nein, das zählt ja nicht. Zu früh gefreut. Und letzter. Und da ist das Ding. Da ist das Ding. Hier spielt der Clown seine armen Gefangenen ein. Oh mein Gott. Hallo? Ich will mich... Ich will mich... Sag nicht, die Zelle ist für mich gedacht. Oh, bitte nicht. Komm. Hä? Ey, und darauf muss man auch erst mal kommen. Darauf muss man ja erst mal kommen. Was ist hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber Leute, wie ihr seht, wir sind schon wieder draußen. Nicht mehr drin. Das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. So. Und... Ja. Leute. Oh, was ist das? Der Endbox oder was? Hä? Was ist das? Ist das ein Clown in einem Einkaufswagen oder was ist das? Okay. 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 Wir haben's. Wir haben's geschafft. Wir haben dem... Wir sind dem Horrorhaus entkommen, Leute. Juhu. Und wir sammeln ein. Juhu. Wir haben's. Leute, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, haut auf den Like und auf den Abo-Button. Ich weiß, ihr feiert übelst diese ganzen Horror-Episoden. Also schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr nochmal sowas sehen wollt. Und schreibt auch in die Kommentare. Hashtag aktiv, wenn ihr aktiv seid. Ich like eure Kommentare dann, Leute. Ich lade jeden Tag ein Roblox-Video hoch. Checkt den ersten Part von diesem Video aus. Leute. Wichtig. Da war's auch nochmal richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.